Wunderschönen guten Morgen! Äh, warte mal, ich wollte noch schnell was schauen. Wie sind denn heute? Sehr glücklich. Hoppla, ja, dann werde ich heute auf alles... Äh... Werde ich alles lassen, wie es ist. Wir räumen nur schnell das Inventar ein bisschen aus. Weil, dann würde ich in die Minen gehen wollen. In der Hoffnung, dass ich es endlich mal hinkriegen werde. Angriff, warte... Kann man eigentlich verkaufen? Brauche ich was zu essen? Ich brauche... Iridium. Es hilft nichts, ich brauche Iridium. Hier ist aber nichts drin zu essen. Habe ich überhaupt irgendwo noch irgendwas, das... ...mir gut gibt? Hier. Hier ist eh nichts fertig. Passt. Ja. Warte. Den können wir noch verkaufen. Ja, geh mal her. Auch den Pilz, geh mal her. Die, geh mal her. Passt schon. Achso, den müsste ich eigentlich zu Hause lassen. Nicht, dass der dann weg ist. Die Gewinnerkarte. So. Achso. Die kommt ja erst um irgendwann, ne? Um neun oder zehn. Oh nein. Naja. Da müssen wir doch zu Hause noch weiter machen. So. Einen Samen. Einen Sprinkler. Dann brauche ich das noch. Einen Sprinkler. Mit den Samen geht das nicht, ne? Nee, nee. Okay. Okay. So, Milch haben wir noch. Und Eier haben wir noch, ne? Wann macht man eigentlich unten? Um neun. Falls ich alles nicht aus da jetzt runter zu gehen. So. Können wir? Obwohl, der gibt wohl viel Energie. Ah, die drei verkaufen wir. Passt schon. Das kann noch weg. Das Leben haben wir. Da rein. So, okay. Dann machen wir wenigstens noch die Katze. Dann kann ich nämlich die Gießkanne noch weggeben. Und dann heißt es nur mehr auf die Pam warten. Alles andere mache ich heute nicht. Essen haben wir dabei. Die Frucht haue ich drüben noch rein. Alles klar. Weil wegen Iridium. Einbarren könnte ich machen. Ich meine, ich brauche auch noch Batterien und solche Sachen. Ich möchte endlich die größeren Sprinkler haben. Aber das ist halt, ja. Ein paar Sachen haben wir trotzdem noch drinnen, wo wir Iridium brauchen. Hier Schleimbrotkasten. Hier brauchen wir auch einen. Und ich muss halt die Werkzeuge auch noch aufbessern. Das ist wichtig, deshalb... Oh, sie kommt schon. Ich muss so schnell es geht, da welches. Amen. Beim kannst du ein bisschen schneller gehen, bitte. Jetzt. Ja, los geht's. Weißt du, ich kann gleich rauf gehen. Ich wollte jetzt rundherum laufen. So, gut. Alles klar. Aua. Kommst du rein? Du wirst schon angegriffen. So, ich wollte Angriff einmal essen, dass wir mehr Angriffsbauer haben. Okay. Solche Sachen nehmen wir mit. Jetzt hat er mich schon wieder erwischt, ne? Also, wir sehen uns mal wieder. So, mir ist halt nur wichtig, dass ich zu Iridium komme und ich hoffe, dass die Geister es wirklich heute gut meinen mit mir. Okay, das ist mal nur eine Treppe gewesen und tschüss, kämpfe ich gar nicht weiter. Das ist nur ein Erz, äh, Namethyst. Gib mir doch bitte ein Loch. Ey, das gibt's nicht. Also hier muss ich wahrscheinlich... So, rein da. Bei zweit und breit einfach nix. So, warte, dann nehme ich den jetzt auch noch mit. Na, wieder kein Loch. Ey, wenn ich immer nur 1-1 runterkomme, wird das nix. Oh, ein Loch. Ja. Hier Ebenen. Ah. Die geben sogar Licht. Ach, sei doch ein bisschen schneller, bitte. Danke. 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 ест Ja, ja, nee, nee, der kann ruhig kommen. Ich bin schon wieder weg. Oh, jetzt ist er halt da. Oh, shit. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Eine Batterie habe ich gekriegt. Was? Ah! Ich bin gleich tot. Oh nein. So, passt schon wieder. Ich hasse diese Dingses hier. Ein Drachen oder was auch immer das ist. Ich bin gleich dran. Oh. Jetzt kommt noch einer. Nee. Nein, komm und hier die Menge. Weg. Merkt man, dass ich die Gegner nicht mag? Glaub nicht, oder? Nee. So. Nein, jetzt kommt schon wieder einer. Das gibt es doch nicht immer nur eins und eins. Was ist denn das jetzt? Oh, ich laufe natürlich voll rein. Oh, ich bin gleich duut. Ich bin gleich duut. Ich will noch nicht duut sein. Das gibt es doch nicht, dass ich kein Iridium-Erz kriege. Ich habe mich schon wieder erwischt. Nein, das gibt es nicht. Nie so vorsichtig. Ich bin erst auf 17. Was zur Hölle ist das? Iridium. Ich bin erst auf 17. So sieht also Iridium-Erz aus. Geh doch endlich weg. Ich habe den mixplats. So. NANU Natürlich sonst noch irgendwelche Wünsche. Oh, jetzt bin ich... Egal. Egal. Ich wollte so oder so dann gleich mal nach Hause. Ich bin jetzt nur gespannt, was mir weggenommen wurde. Ja, das passt. Oh, Mann. Vier Iridium habe ich gekriegt, okay? Es gibt es nicht, dass ich da nicht weiter runterkomme. Das kann ja fast nicht möglich sein. So, eine Kartoffel. Mal schauen, ob ich irgendwas jetzt noch machen kann. Okay. Vielleicht können wir trotzdem noch melden oder so. Ich weiß es nicht. Au. Wirklich. Dann werden wir das anfangen, jetzt immer am Abend zu machen. Und rein da, dann holen wir noch die Eier raus. Einfach beinahe Chicken Nugget. So, gut. Das heißt... Ei... Was ist das? Eine Rückenwirbel. Aha. Inventar ist voll. Da habe ich noch keine Ahnung, was damit gemeint ist. Hat ein Eihammer noch ein einzelnes? Nee, natürlich nicht. Und die Milch. So, und die Milch. Okay. Einmal verkaufen. Und dann gehen wir ins Bett. So, gut. So, gut. Das hier, das hier. Käse, Käse. Sommerkürbis. Müssen wir anpflanzen. Alles klar. Ähm. Mehr ist es eh nicht. Die würde ich noch weggeben. Und es passt. Gut, 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 gut. Passt. Dann ist das auch noch erledigt. Dann sage ich Dankeschön. Gute Nacht und bis bald. Das ist alles klar. Vielen Dank.